Ah, muss gerichtet werden. Erstmal Blut abnehmen, würde ich sagen. Wir wissen aber noch nichts über den, so wirklich. Ja, glaube ich, ja. Bist du mit deinem Träten, hier? Na gut, es ist klar, dass ich eine schlechte Zeit, um zu verletzieren. Entschuldigung, meine Blutheit, aber du bist überrascht mit den Kastungen der Flüten. Ich werde nicht zu Ihnen sagen, dass ich es nicht. Ich bin Angst, dass wir uns nicht. Bist du sicher, dass du dich selbst operieren möchtest, Dr. Reed? Ich habe das Gefühl, dass du sehr gut bist. Und deine Kollegen auch glauben, dass du das auch. In anderen Situationen, du wäre es richtig. Aber für heute, ich glaube nicht, dass ich die Verantwortung für mich. Hm. Seit letzte Woche oder so. Oder vorletzte Woche, Tina. Okay, ja. So, die streiten sich da hinten, oder was? Die liegen ja mit Masken im Bett. Das ist doch Dorothy. So. Achso, gut, das haben wir alles schon gesehen. Der hat nichts Neues für uns. Tut mir leid, dass ich dich da so unterbrechen musste. Du bist Dr. Reed. Kennen wir noch nicht. Dr. Ackroyd. 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 ist länger als ich. Vielleicht kannst du mir mehr darüber erzählen. Ich sage nur, dass ich mich über die Kearlesenheit bin. Ich habe immer die Fähigkeiten von Dr. Swanzey gewollt, aber über die Zeit, seine Enthusiasme hat sich... ...displaced. Kearlesenheit? Was bist du hier? Wir sind hier, um Leben zu retten. Die Leute, die uns zu glauben, sind nicht für die Experimentationen. Sie sind hier, um sich zu healed. Ich will keine Radikale Erfahrungen machen, Doktor. Selbst wenn ich, wie ein guter Praktiker, soll, eine Interesse in die Bänderung der Medikationen. Modernen Medikationen wurden durch Audacity und Ego gegründet. Aber es gibt Regeln in unserer Arbeit, und sie sind hier, um unsere Patienten zu retten. Ich weiß nicht, was du von mir gehört hast, aber ich habe bereits gewollt meinen Werten als Praktiker gegeben. Ich frage mich nicht Ihre Fähigkeiten, Dr. Reed, aber Ihre Motive. Ist es Geld? Fahne? Oder bist du wirklich dedicated? Und was ist das, was das bedeutet? Ich war in der Krieg, wie du. Aber nicht wie du, ich habe nicht benutzt die Wounded, um den modernen Sorcerer zu spielen. Be careful, was du insinuierst, Dr. Ackroyd. Ich möchte nur sagen, dass du diese Leute benutzt, um Ihre Theorie zu verbessern. Das ist schrecklich. Meine Technik der Blut-Transfusion hat viele Leben und du siehst. Du siehst? Das ist genau das, was ich liebe, bei Leuten wie du. Du schütztest diese Art, anstatt auf die Realität. Es scheint, dass du schlechte Erinnerungen hast, von deinem Militärer. Ich habe nicht gesehen, dass ich diese Industrie-Slauter als Wissenschaftler-Progräß. Die Krieg nur die schlimmsten in Menschen. Wir können zumindest etwas sagen, Dr. Ackroyd. Na, der ist ja nicht so glücklich wie bei uns. Den saugen wir als nächstes das Blut aus, würde ich sagen. Ich suche immer noch den komischen Garten. Huch, wer ist denn das? Und wer bist du? Was hat der am Hals? Kann ich den irgendwie ansprechen? Ja, nicht so. Ich bin so schwer, ich würde nicht sprechen, Herr Gosswig. Ich bin sicher, dass du ein Doktor und seine Patienten haben, zu kommunizieren. Es würde dir helfen, wenn ich dir ein Papier und eine Pente? Nicht wirklich. Ich verstehe. Dann vielleicht ist es nicht nur dein Knie, der schützt, Herr Gosswig. Vielleicht ist dein Knie, der schützt ist nur eine Sache, etwas anderes. Ja, vielleicht. Aber ich will nicht sprechen oder sogar darüber sprechen. Huch, sprich doch mit mir eher. Okay. Du bist die Lady? Kann ich dir helfen? Es ist mein Kind, der braucht dich. Ich bin Dr. Jonathan Reed. Wie kann ich dir helfen? Ich bin Beatrice Gosswig, Mutter von Mortimer Gosswig. Kannst du ihn aufhören, Dr. Reed? Ich habe viel von deinen Talenten als Physiker gehört. Was kannst du mir erzählen, Frau Gosswig? Nicht viel zu sagen. Ich mache mich nur auf meine Mortimer und werde ich alles verraten. Das ist alles, was wichtig ist. Hm. Du bist wirklich so leid? Die meisten der Patienten hier sind eher von einem fröhlichen, wenn ich so sagen. Ja. Dank meinem Mann. Ich kann mich nicht aufhören. Ich kann mich nicht aufhören. Ich kann mich Ich kann mich aufhören, Frau Gosswig. Ich bin eine Lehrerin. Ich lege junge Frauen, die mehr über ihre Zukunft sind, als ihre Familien. Was denkst du von deinem Rezeption hier? Ich habe die 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 aufhören. Ich habe die die aufhören. Ich habe die 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 sind. berühmt zu haben. Sie machen sich also die Taschen voll hier nebenbei. Gut, mehr weiß ich hier nicht, liebe die Dame. Ja, interessant. So, mit dem haben wir schon gequatscht. Boah, wie das hier aussieht, ne? Du bist doch die... Ja. Ich dachte, das wäre die, die... Ja doch, das sind die Hawkins. Die, die hier das Mania abknüpft für Betten. Okay, die... Ich suche immer noch. Wunderbar, hier kommen wir nicht rein, oder? Ja. WTF? Was... Was ist mit denen los? Okay. Die sind wohl auf den Kopf gefallen, anscheinend. Ähm, ich suche eigentlich die Mitte nach dem Garten von Gut und Böse. Tatsächlich. Laut Karte ist das hier hinten. Oder... Voll normale Leute. Ich glaube, ich werde erst mal nach oben zu meinem Büro gehen. Kurz. Ich würde nämlich gerne... Das Rezept analysieren, was wir da bekommen haben. Ähm... Da hinten. So, ab in unser Büro. Ähm... Huh. Was ist das? Ach so. Ähm... Ja, ja, das mache ich gleich. Warte mal kurz. Aha. Behandlung gegen Erkältung, gegen Bronchitis und gegen Lungenentzündung. Okay, cool. Hat sich doch vielleicht sogar gelohnt, die Schillinge da einzusetzen. Ähm... Könnte ich denn... Hm... Was nehmen wir denn jetzt als nächstes? Wissenschaft? Okay. Dann ruhen wir uns mal aus der Nacht. Ja, hier sind doch... Ach so. Nachtschicht. Sieh an der Tür nach. Ah, okay. Natürlich. Äh. Ja, ja, was kann ich denn tun für dich? Was willst du denn? Entschuldigen. Ja, das muss ich mir helfen lassen. Ich bin so sorry. Ich weiß, dass Dr. Swansey die Lungen haben, aber wir haben ein wenig größer. Wir haben ein bisschen größer. Die Krise, du sagst? Unsere supplies von Antiseptik ist näherly verspricht. Ich wollte es malen hierher sein, aber... Ich 1. Sorry, there's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way, then. Thank you, nurse. Okay. Ist das da hinten, wo wir gerade schon mit dem Dr. Rakesh gesprochen haben? Ähm. War das hier? Ja, ne? Oder nicht? Äh. Äh. What the? Okay. Okay. Bessere Kräfte, okay. Jo, interessant. Ah, das sind ja zwei. Ich, was ist das? Ich seh, ich seh, ich seh, ich seh nix. Ah! Na, sag mal. Der dreht sich, der dreht sich echt behindert. Ah, okay, ich bin, glaube ich, gleich down. Ja, Kopf bin nicht mehr bewegen. Da bin ich wohl das erste Mal gestorben. BTF? Die springen ja auf mich drauf. Das ist ja crazy. Die hat gut zu wissen, ne. Zum Glück bin ich unbesiegbar. Es ist nicht einfach. Äh, ja. Geht eigentlich. Ich finde, vom Schwierigkeitsgrad geht's eigentlich. Aber die waren jetzt nicht so ohne, die Guys. Gut, ich geh da jetzt nochmal hin. Sind die jetzt weg? Nö. Oh, hallo Flo. Geht mir denn Blut. Oh, die sind nicht so ohne, die Viecher. Finde ich persönlich. Okay, komm mal her. Ja, das hat's ja gebracht. Ja. Ach, krass. Wenn ich keine Ausdauer habe, ist das schwierig. Uff. Das geht doch schon krank auf die Ausdauer, ja. Ich renne mir jetzt nicht da hinten in die zwei rein. Okay, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Hm. Aber hier gibt's nichts. Nee, kann ich nichts machen? Hm. Ich glaub, das ist aber hier nicht Richtung Leichenhalle. Ja, ich glaub, ich muss da hin, ja. Hallo. Kommt der zu mir? Ah, ich stell keine Ausdauer. Oh, Alter. Die hauen richtig gut rein, ne? Kann kaum blocken. Oh, jetzt bin ich wieder down, glaub ich. Litt mich doch. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Oh, der ist echt nicht ohne, der Boy, ja. Boah, alter Verwalter. Uff. Der wird aber reingehauen, der Boy. Okay, hat der irgendwas fallen lassen? Ich dachte gerade, jetzt ist es aber gleich vorbei.